Hätte ich die alte abgefuckte Maracke fotografieren können? Na, egal. Ich muss mir langsam wirklich was einfangen. Das sind für die Fotos. Das war den Film bei Zeiten vollkriegen und den eventuell mal abgeben können. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, die ziehen mir das nicht vom Lohn ab. Das ist ja dann noch ein paar. Das ist ja eigentlich, die haben eher die Kettensäge bringen können. Baum fällt! Ach, da oben. Hey, Meredith. Ich bin hier. Hey, Robert. Wow, das ist wirklich hoch. Was? Ich kann dich nicht hören. Hätte ich auch raufkommen? Ne, dann sollte ich lieber runterkommen. Maybe you should come down. Sorry, I can't hear you. Maybe I should come down first. Can you hear me now? I'll take a photo von there to make a bible. Hätte ich nicht so gut. Flam so gut. Thanks for coming out here. This arborist job came up suddenly. Yikes. I'm glad there's people like you for that. It's great up there. I used to climb a lot. Still do actually. But now I get paid for it too. Anyways, I figured it would also be good for you to see where the apartments are planned Now okay, so what now? Well, I want you to listen to my wildcard plan Tell me all about it. I've scheduled a recording session at a professional sound studio We are the world? Wann ist denn we are the world? Ist das schon von 86 gewesen? Uff We are the children That sounds great. I'll be Ah Lauper is, I think, the coolest one. Diana Ross just tells me something from the name Cindy Lauper was the one who was already so very bright and dark around, right? To people of Providence Oaks involved Ah, you're such a party pooper Yep, I also work undercover for the fun police It'll be this afternoon, by the way At Jack Reynolds' barn Are you in? I could use an extra set of ears A professional sound studio, huh? Okay, I'm in Great, meet me there after work I'm gonna get back up in this tree now See you later Bye Be careful up there Thanks We are the ones to make a brighter day So let's start giving Aber es ist schon Schon eine cool Zeit Also so So die ganzen Erinnerungen an die 80er Was so die ganzen Töne und Musik und so Ja 86 Wo das Das legendäre Wendel-Konzert von Queen Da hatte ich damals einen Doppelkassel davon Und du? Du brauchst noch Quark im Schaufenster, wa? Papa Ähm So, wo müssen wir lang? Da lang Und dann einfach nur noch dort in die Stadt rein, glaube ich Ja Das Wendel-Konzert von 86 von Queen Das war cool So eine der ersten Kassetten, die wir damals auf dem Polenmarkt Rechenmarkt? Polenmarkt Da mitgekriegt haben Da ist nämlich irgendwie entweder meine Mütter oder ein Arbeitskollege von der oder so Wir haben da immer wieder mal so Kassetten geholt Wir haben da immer wieder mal so Kassetten geholt Ja Ich wünsche mir mal richtig Autofahren Aber es wird wirklich langsam Zeit für heute bei Abend zu machen So, wir sind im Heroin-Circle Ähm Hier? Also wenn uns Wie klein und süß ist das denn? Wenn uns Kinder Also wenn uns hier schon jemand entgegenkommt, dann müssen wir es meistens seiner Tür bloß ablegen Oh ja Oh ja Witchcraft Es wird mein absoluter neuer Lieblings-Set Witchcraft 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 Oh, diesmal habe ich ein Paket-Fürse Ja, da bleibe ich wenigstens bisschen länger drin Oh ja Ich durfte erst irgendwann vorbei sein, wenn wir mal wieder einsteigen Ooooooooh Kuscheln Wollt ihr ein Film? Wir haben eine große Selektion Wir haben eine große Selektion Schönen Oder Wofür Du mindest Schönen Wofür Das ist Wofür Super Wofür Was du 心 Was ist Ablust Du Da Du B Du Du He is creepy I think I'm starting to like you a lot and I'd like to ask you to be a little less awesome it's distracting me no can do being awesome is my thing would you ask Rocky to stop boxing touché so anyway what's on your mind Rocky gab's auch schon 19 na gut couldn't do his own taking stock of the store or of your life yeah I just you ever get the feeling you're not where you need to be you feel that way about Providence Oaks it's just that this whole flick shack adventure I think it was the right idea at the wrong time wow is business that bad and here I was hoping our movie box project would turn things around it almost did don't think that it didn't help that's what I mean with the wrong time I'm sure video will be huge but it isn't not yet not here anyway so you're leaving? yeah yes I am wow I didn't realize until just now that I'd already made my mind up but I guess I have I'm leaving gosh it feels so liberating to say oh there it is how about you? have you made your mind up yet? about your future I mean? yeah I think I have well whatever it is hold that thought I want to give it my full attention when you do decide and right now I really have to start organizing the grand closing of the flick shack we hardly knew ye maheria I'll swing by later it's Batman I thought I decided to find them not so creepy dude how do you do it? and when you saw that hey but that's how you could say that's a summer clean in the city here a bibliothèque works not always at the point of the bibliothèque oh oh Stimmt damals in Wilden gab's auch eine Das war dann auch bloß ein größerer Container mehr, den die da hingeschustert hatten. Alter, das waren ONA-Zeiten, stimmt. Wir hatten dann auch irgendwann mal Räumungsverkauf und da bin ich dann auch immer wieder rein und habe mir irgendwelche Videofilme geholt für Enzweil. Markwan ist damals noch. Ach, diese Errämmerung. Das wird da drüben sein, denke ich mal. Ach stimmt, dann gab es ja später.